Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Star Wars Battlefront auf unserer Lieblingskarte, die wir immer und immer wieder spielen möchten. Mit dabei, der gutaussehende Quantum. Hallo liebe Freunde. Und du bist glücklich, oder? Dass du schon wieder diese grandiose Karte spielen darfst. Hast du irgendwas gegen das Spiel? Nein, ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich krieg gar nicht genug davon. Du hast so viele Lieblingsspiele, langsam glaube ich. Ich werde nicht gekauft von EA. Wo ist mein Scheck? Wo ist mein Scheck? Oder ich sag, Darth Vader stinkt. EA ist auf der Blacklist von EA. Ich bin auf der Blacklist, das ist sogar wahr. Ja. Ja, wir sind wirklich auf der Blacklist. Wir sind die einzigen beiden, die nicht die Beta bekommen haben. Alle haben die Beta früher bekommen und wir haben gesagt, hey, dürfen wir auch. Und die dann so, nö. Nö, ihr beide nicht. Ihr seid auf der Blacklist. Echt krass, oder? Ja, aber ich würde ja sagen, Battlefront ist gut bei Cheat Away zu kaufen. Alle schön dort einkaufen. Ich find's ja krass, dass man bei G2A mittlerweile sogar Betas kaufen kann. Irgendwie schon crazy, oder? Da sind geschlossene Betas und du kannst sie kaufen. Guck mal, da oben wird gekämmt. Zieh dir das rein. Wo, 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 wo. Oben auf dem Hügel. Oben auf dem Hügel. Ey, komm schon. Luke hat mir einen Kill geklaut. Oben auf dem Berg. Wir müssen hoch auf den Berg. Ich defend dich hier. Wir müssen doch die Dinge halten. Hast du nicht Tipps bekommen hier, wie man hier als Rebell gewinnt? Ja, ja. Wir müssen die Uplinks defenden und... What? Ein Strike hat mich zerrissen. Ich dachte erst, das wäre Fallschaden gewesen. Aber der Strike hat mich total zerrissen. Ach, Luke. Luke ist so eingebildet mit seiner Föhnfrisur. Und schon wieder tot. Ich komme rein und bin tot. Also ich finde ganz ehrlich, man sollte einen Spawnschutz einbauen. Wenigstens von einer Sekunde. Ja, sollte man vielleicht Auto-Aim für dich auch noch, oder was? Das gibt es ja auf der PS4. Da wurde sich ja schon sehr beschwert, dass auf der PS4 alles so easy wäre. Man muss einfach nur in die Richtung zielen und hat gewonnen. Ja, ist das nicht immer so auf der Konsole? Ja, nicht unbedingt. Nicht zwangsläufig. Ich bin jetzt auch hier oben auf dem Canyon. Activaten. Warum schießt du nur auf? Mittwoch steht 100 Leute! Au! Schießt auf mich! Ich bekomme hier schon wieder den Rücken geschossen. Eins, drei. Ich bin sehr gut. Ja, wenigstens hast du einen Kill. Ich glaube, ich habe nicht mal jemanden getötet. Guck hier, Darth Vader. Rennt dort rum. Und benetzelt wie ein Weltmeister. Fang meine Kugeln, Quenny. Fang sie. Gut gemacht, Quenny. Operation erfolgreich. Mr. Longbus. Oh Gott, Mr. Longbus. Hast du einen getötet wenigstens für mich? Nein, ich bin hier oben. Ich brauche Unterstützung. Ich bin neben dir und bin schon wieder tot. Nimm es sportlich. Ey, ich könnte echt ein bisschen Hilfe brauchen. Kann mir jemand mal ein Pflaster hier oben spawnen? Hinter uns, hinter uns. Ich bin tot. Ich spawne nicht neben dir. Ich spawne hier nie wieder. Dieser Berg ist zu gefährlich für Amateure. Aber dieser Berg ist einfach zu gefährlich für Amateure. Quantum, wir müssen unsere Kräfte bündeln. Ja, ich habe gesehen, was passiert, wenn wir bündeln. Ich spawne neben dir und bin tot. Guck mal, jetzt kannst du angreifen. Guck mal hier. Geh direkt rauf. Alle Ressourcen. AT-AT. Du kannst ihn angreifen. Guck mal hier. 70%. Ich will hier was hinsetzen, aber es geht nicht. Rebellensieg. Rebellensieg. Komm, weitermachen, weitermachen. 60%. Crazy shit. Okay, das war nicht die beste Position. Oh, wir zerstören den. Wir zerstören den. Kaum zu glauben. Quantum. Du musst deinen Egoismus zurückschrauben. Ja, ab und zu muss man eben sterben fürs Team. Ich mache das auch. Aber das Ding ist bei 40%. Ich bin schon bei 1 zu 8 von der Statistik. Egal, der Sieg-Quantum. Das ist alles fürs Team. Fürs Team. Glaub mir, wir werden Meth trinken heute Abend. Meth? Ja. Trinken Rebellen kein Meth? Wookie-Meth. Hast du diese komischen Granaten jetzt, oder? Nee, ich habe ein Jetpack. Hätte ich es mal mitgenommen. Aber du kannst ja mal Granaten rauswerfen. Wirf mal alles drauf. Guck mal hier, das Ding ist beinahe down. Quantum. Ich schieße die ganze Zeit drauf. Oh, ich bin tot, aber ich habe so viel draufgegeben. Also ich werde heute Abend wirklich verwöhnt. Ich werde heute Abend verwöhnt. Rebellen huren heute Abend für mich. Und nicht die alten Runzligen, sondern die guten. Komm, schau, komm, schau, komm. Ah, da hat er... Nicht erwischt. Also der eine ist so gut wie zerstört. Der eine ist so gut wie zerstört. Ich bin gerade beim anderen gespawnt. Okay, jetzt ist aber kein Ding mehr. Nee, ist vorbei. Aber der eine ist so gut wie zerstört. Wir brauchen den Ablink. Defendant, oder? So. Kann ich ihm jetzt eigentlich Schaden machen, wenn ich in einem Turm bin? Ist das möglich wenigstens? Oder ist das auch unmöglich? Wo, 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 wo. Quantum, unterstütze mich. Moment, ich bin hier am Defenden, glaube ich. Wahrscheinlich. Ich bin hier bei dem einen Ding. Ich spawner bei dir. Und klau dir den Kill. Gern geschehen. Was? Ah, doch. Boah. Boah. Nein. Scheiß. Direkt vor uns. Ding hier. Aber wir können gewinnen. Wir können gewinnen. Es ist möglich. Es ist wirklich möglich. Ich hätte hier die Slipper nehmen sollen. Oh, shit. Hier sind drei vor dem Eingang. Oh, okay. Das war nicht das Beste. Ich würde ganz gerne mal Luke spielen, aber... Ich gehe oben rum. Aber ich sehe nie das Power-Up. Nie. Ich habe das noch nie gesehen. Das soll ein Rebellen-Logo sein. Na, verdammt. Achtung. Räche meinen Tod. Nur irgendeinen habe ich, glaube ich, gewicht. Vielleicht. Möglicherweise. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Ich bin schon wieder unten. Achtung. Sie kommen. So schnell kannst du doch nichts machen. Der hat mich so schnell weggeholt. Oben. Da oben. Da rennt er doch rum. Hier. Ja. Jesus Christ. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Spawn bei mir. Best match ever. Das ist das beste match ever. Spawn bei mir. 2.13. Oh shit. Ich hab Darth Vader gekillt. Ich hab Darth Vader gekillt. Ja, der hatte nix mehr. Der hatte. Der war voll gelevelt und voll mit HP und so. Und ich hab gesagt, nee, Vader. Nee. Ich hab gesagt, alter Vader. Rebell. Ich bin ein echter Rebell. Moment. Wir müssen uns aktivieren hier. Aktivieren. Aktivieren. Nein. Ist meine Granate noch durch? Ah fuck. Das war die Granate. Warum schmeiß ich die Granate? Quantum. Ich spawn bei dir. Ja, verteidigen. Verteidigen. Wann sind die denn wieder angreifbar? Oh. Oh mein Gott. 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 Ich bin fucking Luke Skywalker. Alter, ich krieg ein kleines Video und so einen Scheiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da geht einer down. Der Walker ist down. Ja, ja, ja. Ich geh. Ich geh. Ich bin voll am Walkern. Glaub mir. Als Luke kriegst du denn gut... Ja, ja. Als Luke. Klar. Ich hab ne krasse Föhnfrisur. Das krieg ich hin. Oh, ich hab ein Lichtschwert. Komm schon. Ich geh jetzt hier nahkampfmäßig auf den Walker. Zack. Luke. Luke. Ich bin tot. Ich bin tot. Das war ne Scheißidee. Ich hätte nicht auf den Walker gehen sollen und er ist wieder unzerstörbar. Ich weinte um, ich hör nie wieder auf dich. Ich hör nie wieder auf dich. Luke hat auch keine Chance gegen den Walker. Okay, wir müssen hier Activation machen. Aktivation. Okay, komm. Was ist denn hier? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. 3,16. Ich will gar nicht gucken. Ich guck gar nicht. Ich mein, ich war ganz kurz Luke Skywalker und wurde zertreten. Ende der Umfrage. Wir müssen schnell irgendwas... Okay, defenden. Defenden. Okay. Dann dauert es nur der Mist jetzt, bis da was passiert. Geh doch mal hier an so ein Geschütz. Vielleicht können wir mit dem Geschütz länger durchhalten, das Defenden. Guck mal, hier kommen sie. Hier kommen sie. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Vielleicht. Möglicherweise. Oh, hier schießt jemand ganz schön kräftig auf mich drauf. Jetzt, oder? Y-Wing? Dann ist... Y-Wing. Y-Wing? Y-Wing. Und ich bin schon wieder zerstört worden. Ich bin bei dir, mein Freund. Ich weiß nicht so genau, ob ich das will, aber ich bin bei dir. Komm schon. War das denn Nero? Wo ist meine Maus schon wieder? Ja, wir holden doch, du Piesel, komm. Ich holde. Ist doch alles hier. Ne, wir müssen was aktivieren. Fuck. ATST, ATST. Hier kommt ein ATST. Ich aktiviere, ich aktiviere. Was war das denn schon wieder? Och, ne, ein Strike. Natürlich, da kommt ein Strike von oben. Ist doch echt gleich down hier. ATST hier drüben. Geh mal auf den ATST drauf. Der marschiert zu uns rüber. Da kommt darf, da kommt darf zum Abflink. Nein! Nicht darf! Granate! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jesus Christ. Ach, blinkt jetzt schon wieder auf den Auge. Komm schon, komm schon. Nein, nein, das kriegen wir hin. Duff! Ich bin Luke! Sehr gut! Und Duff, Vader ist tot. Ich geh zum Ablink. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich geh zum Ablink. Aktivieren. Ah, Mist! Wir sind bei unserem Ablink. Ja, hier, aktivieren. Jetzt muss ich als Luke hier aktivieren. Ich kann nicht aktivieren. Ich aktivite. Gib mir Deckung. Gib mir Deckung. Ja. Ja. Soll ich zu dem Ding rennen? Oh, ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Wir sind unten direkt im Graben. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir brauchen jetzt aktiv... Ah, wir müssen schon wieder was aktivieren. Komm, der hat wirklich 15. Der hat 15. Oh, oh, shit. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Nein, 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 nein. Ich will leben. Ah, ich will leben. Aktiviert den Dreck. Oh, no, das war so knapp. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. Ah, ich hab meine ganze... Ah, die Zeit... Ach so, du bist noch eine gewisse Zeit. Okay, ist klar. Das gibt es nicht. Der AT-AT haut mich dauernd weg. Ich fühl mich wirklich wie Kanonenfutter. Ich fühl mich wie Kanonenfutter. Ist ja alles aktiviert. Ich glaub schon, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ja, ja, es geht's. Quantum, es geht's. Ich bin down. Fuck, 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 fuck. Komm schon, geh drauf. Geh drauf. Ich tue, ich tue. Ja, oh mein Gott, wir haben als Rebellen gewonnen. Oh mein Gott. Halleluja. Oh mein Gott. 9 zu 24. 9 zu 24. Wir haben gewonnen. Wir haben alles fürs Team gegeben. Ja, also ich bin auch nicht auf Kills. Ja, ich hätte da und hier mal was killen können, aber ich hab mir gedacht, nee, jetzt stell mal deinen Egoismus zurück. Weißt du auch, als ich Luke Skywalker war, hab ich gedacht, nee, jetzt opfer dich mal fürs Team. Ja, nee. Verwirr die Gegner. Hattest du den gleichen Gedanken, oder? Als du Luke warst. Ja, und wir haben gewonnen. Ja, siehst du? Wir haben gewonnen. Vielleicht gewinnen wir jetzt nochmal, wenn wir als Imperium zurückschlagen. Aber im nächsten Part, oder? Im nächsten Part. Also, ihr kennt das Ganze, Bewertung wäre nett, Kommentar wäre auch nett. Ich will mal danke fürs Zusehen und Tschüss. Tschüss.